Haben Sie sich entschieden? Habe ich. Sie sind das arroganteste Arschloch, dem ich jemals begegnet bin. Und zu essen? Penna Arabiata und einen grünen Salat. Boah, seid ihr wahnsinnig? Du musst anfangen. Oh, Entschuldigung. Was ist denn nun mit Essen? Ja, ich hab's vermasselt. Löffel ich am Arsch. Sie sind das größte Arschloch, dem... Nein, Sie sind nur arrogant, aber nicht groß. Sie sind nur ein großes, arrogantes Arschloch. Boah!